ich schaue weiter ihr fahrt hier mit einem Profi mit dem richtigen Profifahrer oh Gott das Auto rutscht auf jeden Fall ziemlich schnell es wirkt auch irgendwie so als wäre es ein relativ aber es kann irgendwie auch gut durch die... also ich komme irgendwie relativ gut um die Kurven mit dem Teil